Guten Morgen Leute und willkommen zurück in meiner Küche, die halbwegs aufgeräumt ist. Es geht weiter mit dem Full Day of Eating von Arne und Mia und wir starten jetzt mit dem Frühstück natürlich am Morgen. Ich werde in dieser Reihe nicht unbedingt probieren, irgendwelche ausgefallenen Gerichte zu machen, um euch zu beeindrucken, um euch was Neues zu zeigen, sondern ich möchte einfach in diesem Full Day of Eating, welcher sich auf mehrere Parts erteilen wird, euch einfach mal zeigen, was ich regulär esse. Also ich werde nicht anders essen als sonst, sage ich ganz klar im Voraus. Ich bin auch kreativ bei gewissen Mahlzeiten, mixe mir auch gerne was zusammen und koche dann mal auch was ausgefallen ist, aber letzte Zeit, da ich dann beruflich doch immer unterwegs bin, soll es möglichst schnell gehen, unkompliziert und möglichst auch alle Nährstoffe decken. Dementsprechend werde ich das auch diesmal so machen und ohne Umwege, das heißt ihr werdet jetzt keine halbe Stunde Kochvideos sehen, sondern ich zeige euch eher einmal einfach, was ich so regulär, ich sage mal standardmäßig esse und in anderen Videos werden dann auch sage ich mal Gerichte folgen, die sage ich mal aus der Norm fallen, die ich auch gerne immer essen, wenn ich mal mehr Zeit habe oder wo ich mir auch wirklich, sage ich mal, richtig was koche, in Klammern, das ist ja immer relativ. Ja, starten wir heute mit dem Frühstück, bei mir fängt es immer ganz klassisch an und zwar habe ich natürlich alles vorbereitet, wie ich sehe, nicht. Wir haben hier 100 Gramm Himbeeren, 150 Gramm Erdbeeren, aktuell, weil ich probiere ein bisschen Low-Fat zu bleiben, haue ich mir da immer noch das Absolute Way von Sublify rein, was ja auch schon, wie ich mitbekommen habe, niedergemacht wurde, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Trotz allem, ich habe es noch da, davon gebe ich mir immer nochmal 30 Gramm, sage ich mal, in die Früchte bzw. ins Müsli. Dann habe ich die guten Dinkelflocken, das habe ich ja schon auch sehr oft erwähnt, dass ich, warum ich die Dinkelflocken hier esse, klar sind die teurer als herkömmliche Haferflocken, aber mal der Vergleich, jetzt mal ganz offiziell, weil ich hier noch welche habe, weil die Dinkelflocken letztens ausverkauft waren und ja, Alnatura-Lieferschwierigkeiten hatte, Sekunde, habe ich mir die Haferflocken als Ersatz zugelegt von Lidl, glaube ich, Aldi, Lidl weiß nicht, so, die haben jetzt hier zum Beispiel, wenn man mal schaut, 7 Gramm Fett, ansonsten sieht das eigentlich alles normal aus, hier haben wir 2,6 Gramm Fett, ich hatte mal 3 im Kopf, Fett ist ja knapp da, bei sogar mehr Kohlenhydrate, 64 statt 58, was für mich super ist, ich bin, wie gesagt, auf Low Fat bzw. High Carb, Ballaststoff 8,4, auch klasse, Eiweiß 14,2, haben wir auch hier 13, also eine super Sache, sind es teurer, ja, ich esse da täglich 200 Gramm von, wir haben hier 500, das heißt, die Packung reicht, quasi, wenn man es ganz grob nimmt, 2,5 Tage, dementsprechend 5 Tage für 2 Packung ist in Ordnung und vertretbar, ich bin jetzt hier gerne in Nahrung, eher Nahrung statt in was anderes, davon gebe ich mir jetzt was, 200 Gramm, 30 Gramm Whey, dann haben wir noch für The Good Fett, die Leinsamen, die gebe ich mir auch normalerweise nochmal 10 bis 15 Gramm, ist immer ein bisschen davon abhängig, was ich vorhabe, wenn ich mir sage, ey, ich will heute mal was ausgefallenes essen, oder ich gehe mal essen, dann lasse ich die Fetts weg, weil ich meistens, weil man meistens, sage ich mal, beim Auswärtsessen davon ausgehen kann, dass man, ja, mehr Fetts zu sich nimmt, als erhofft, beziehungsweise als eingeplant, und man sowieso dann, ja, die Schwierigkeiten hat mit dem Tracken, aber ich werde das Ganze trotzdem tracken, die Leinsamen, ich überlege, lasse ich die weg oder nicht, äh, das habe ich heute noch vor, wobei, ich mache die mal rein heute, also die kommen mit rein, das Ganze werde ich auf jeden Fall tracken und euch da nochmal einblenden, äh, als, äh, ja, Nährstoffverteilung, und dann haben wir, was haben wir noch, achso, das jetzt mal schauen wir mal, ja, beim Kühlschrank sieht es mal sehr gut aus, natürlich haben wir hier ein Bier am Start, ähm, Half a Drink, Half a Drink, auf, äh, ja, Milch verzichte ich doch schon des Längerem, so, ähm, dann, 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 genau das, 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 easy, zusammengemixt, eine super Sache, ähm, geht schnell, ohne wirklich großen Aufwand, man hat wirklich alles drin, von Kohlenhydraten, gut, ähm, jetzt die Haferflocken so langkettig, das ist mir jetzt, sag ich mal ehrlich gesagt, bleib, äh, dann haben wir Protein, in Form von Haferflocken natürlich auch, eine Menge, in Form von, äh, Proteinpulver, ähm, dann haben wir die guten Fets, in Form von Leinsamen, und, äh, Früchte, in Form von Vitamin C, Kalium, Kalium, Magnesium, und nicht zu, und nicht zu, nicht zu fehlen, nicht zu fehlen, und, äh, nicht fehlen darf, dürfen die Bananen, die hab ich ganz vergessen, jeden Tag zwei Bananen, ich empfehle das jedem, meines, meinen Kunden, gut, natürlich der, den, die sowieso wenig essen, oder weniger essen wollen, sag ich nicht, ernährt euch nur von Bananen, sondern ich sag, mindestens eine Banane soll eingebaut werden, schon allein, aufgrund des Vitamingehalts, und aufgrund des Magnesiumgehalts, gut, eine Banane deckt zwar nicht 100% ab, es ist aber besser als nix, äh, und das benötigt man einfach als Sportler, die Banane ist, wie man es so in der Geschichte erlebt hat, eigentlich, äh, das beste Stück Obst, für den Sportler, ob es jetzt um die Kohlenhydrate geht, schauen wir mal, die sind sogar noch etwas grün, also eigentlich müsste ich die nochmal etwas, ja, wie sagt man, reifen lassen, aber, was rein muss, muss rein, weil die, in dieser Form, ähm, ja, einen höheren Stärkegehalt haben, und, äh, ja, was soll's, gibt Schlimmeres, ähm, genau, Magnesium, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, äh, für, äh, den menschlichen Körper, für, vor allem für den sportlichen Körper, sage ich mal, von daher empfehle ich, dass jedem meiner Kunden, mindestens ein bis zwei Bananen, je nach Ziel natürlich, und Kalorienangaben, äh, das Ganze kommt rein, mal ein bisschen durcheinander geworfen, das hier nicht, das ist nur, Ersatz, ah, und noch, was ich mir gestern noch geholt habe, Gucci-Berry, Gucci-Berry, war ich gestern auf dem Wochenmarkt, hab ich mir nochmal ergattert, haben nicht 93 gekostet, weil ich da eine Bekannte habe, hat ein bisschen weniger gekostet, ähm, hier nochmal die Internetseite, gönnt euch, sind naturbelastend, unverarbeitet, ungeschwefelt, ungesüßt, für den menschlichen Körper, also das ist wirklich eine, äh, verdammte Vitaminbombe, googelt sonst nochmal nach, ähm, Herkunftsland ist immer China, also, es war mir echt neu, die gibt es immer nur in China als solches, oder beziehungsweise, die kommen immer noch von da, und, ähm, ähm, werden hier in Hamburg quasi, äh, getestet und geprüft, ich hatte jetzt mal schon mal andere gehabt, von gewissen Herstellern, will ich jetzt nicht nennen, ähm, die schmecken ein bisschen süßlich, die schmecken, die habe ich mal probiert, die schmecken wirklich, ja, nach, nach, irgendwie, irgendwie schmecken, vielleicht ist es auch so ein, ja, Einbildung, aber die schmecken einfach rein, die schmecken nach nichts, weil dann hat, das hatte ich explizit nachgefragt, und sie meinte, die sind komplett naturbelastend, davon gebe ich mir auch auf jeden Fall nochmal, äh, 10 bis 20 Gramm, tracken kann ich die eigentlich nicht, weil ich keine Nährstoffangaben habe, aber ich glaube, ich finde da noch irgendwas bei, Moifitness Paul, ja, dann bereiten wir das mal zu, und, äh, dann sehen wir uns da nochmal, Das war's. Absolut geile Vitaminbombe, mehr kann man dazu nicht sagen. Nährstoffe definitiv zu morgen alle abgedeckt. Man diskutiert auch immer stark darüber, ob wirklich die Mahlzeit am Morgen nach dem Aufstehen die wichtigste ist. Dann gibt es sehr viele, die sagen, das ist gar nicht notwendig. Probiert mal morgens nicht direkt was zu essen. Ihr fühlt euch fitter, vitaler. Ich denke, da muss jeder selber seine Erfahrungen machen. Ich esse gerne am Morgen, vor allem, weil ich auch direkt meistens hier nochmal was arbeitstechnisch mache und dann zum Sportdüse relativ zeitig. Von daher brauche ich auf jeden Fall Kraft Nahrung in mir, damit ich auch die Power habe. Zum Beispiel ist heute Leg Day und ohne eine richtig geilen Vitamin-Kohlenhydrat-Bombe würde ich es bestimmt gar nicht ausharren, dort richtig Gas zu geben. Klar, der Lipidenspeicher ist immer gefüllt. Man sagt ja, dass der ungefähr 500 Gramm aufnimmt. Das ist natürlich bestimmt von jedem Menschen unterschiedlich und kann man natürlich so grob pauschal eigentlich nicht sagen. Körpergröße, Gewicht, Alter, bestimmt sind das so Faktoren, die machen da vieles aus. Aber man sagt so, ja der durchschnittliche Mensch hat so einen Kohlenhydrat-Speicher. Ich denke mal als Sportler, das ist auch realistisch, von 500 Gramm, der erweitert sich ja auch mit der Zeit, mit dem Training, mit der Nahrung, verändert sich auch der Körper und wechselt mehr oder weniger mit. Und von daher könnte man sagen, gut, vom gestrigen Tag, ich habe gestern Abend auch Kohlenhydrate reingepfiffen, da ist noch was über, das passt noch. Ich habe auch sehr lange auf leeren Magen trainiert, eine Zeit lang auch super Erfahrungen gemacht. Habe das ja auch, sage ich mal, wirklich gefeiert. Habe jedem gesagt, trainier auf leeren Magen, das ist geil, das stelle ich nicht an. Ja, bin ein bisschen von dieser Schiene weg. Also ich probiere ja immer neutral zu bleiben am Ende des Tages. Muss jeder ein bisschen für sich selber probieren. Wir als Trainer, sage ich mal, können da nur eigentlich beratend dienen, aus eigener Erfahrung, aus dem, sage ich mal, Wissen, den wir uns angeeignet haben in den letzten Jahren. Arne ist da wesentlich länger schon dabei und von daher, ja, muss man probieren, auf der Ebene neutral zu bleiben. Jeder macht unterschiedliche Erfahrungen, jeder hat einen unterschiedlichen Körper und in dem Sinne, guten Hunger. Nochmal, ich blende euch das ein, wie gesagt. Nochmal, kann man positionieren, damit man es gut einblendet, ich glaube so. Ja, dann kann man das da richtig ein bisschen einblenden, so glaube ich, kommt hin, ne? Easy. Und dann wollt ihr sehen, am Ende des Tages, wie viele Kalorien ich geschafft habe, wie viel ich reinzwirbelt. Ich bin im Aufbau, wie bestimmt einige wissen. Balk, Balk, bis die Balken biegen und ja, bin so aktuell im Kopf, also ich tracke jetzt das Längere nicht mehr, aber ich tracke so automatisch im Kopf immer mit, weil das ist irgendwie, ja, wenn man es eine lange Zeit lang gemacht hat, kommt man nicht drumherum, dann macht man einfach immer mit. Man weiß, wie viel Reis wiegt man, wie viel Kohlen, äh, Entschuldigung, wie viel, ähm, Kohlen, ähm, Reis, ähm, beziehungsweise Haareflorgen, Kalorienhaben, etc. Also man rechnet das immer so automatisch mit. Ähm, ich probiere so dreieinhalb bis vier zu erreichen, hab jetzt auch heute das Bodymedia-Video angezogen, nach längerem. Ähm, für euch und für mich, weil einfach meine Tagesstruktur sich verändert hat zu damals und ihr einfach mal sehen wollt, so, ähm, ich bin schwerer geworden, verbrenne ich jetzt wirklich, sag ich mal, mehr zum Beispiel? Oder ist es, äh, identisch geblieben, ähm, wie sieht das aus? Einfach um einen Vergleich zu ziehen und ich finde, das geht nicht von Tag zu Tag, sondern man muss wirklich mal eine Zeit lang aussetzen und dann starten und dann, sag ich mal, wirklich realistisch zu sehen, was hat sich getan im Körper, ähm, wie arbeitet der Körper, ob jetzt effektiver, weniger Kalorien braucht oder mehr. Ja, in dem Fall eigentlich, äh, sagt man ja, wenn man schwerer wird, mehr, mehr Energie dann dementsprechend zu verarbeiten, äh, der einzelnen Systeme, ähm, ja, werden wir am Ende des Tages sehen, es werden bestimmt drei Parts oder so, und, ähm, ja, viel Spaß und dann switchen wir mal zu Arne rüber. Thank you, buddy! Willkommen beim Frühstück von Arne, der is my type of breakfast und äh, damit ihr mal wirklich seht, was der Unterschied zwischen jemand ist, der cuttet und zwischen jemanden, der, ähm, biket, hab ich mal ein extremes Cutting-Frühstück, äh, gezaubert für euch. Und zwar meine Zotes mit Whey Coffee, Coffee Cream und natürlich ein paar Fruits, ich zeig's euch mal von der Seite. Ihr seht, da unten sind die Zotes drin und drüber die Cream und das ist jetzt ein ganzer Bowl voll und ich würde mal behaupten, ich, ich, ich werde vielleicht vielleicht noch mal einblenden, mal gucken, das Ganze hat nicht mehr als, nicht mehr als 500 Kalorien. Und das ist schon richtig, richtig top. Es ist richtig viel zu essen. Ähm, drin sind, wie gesagt, die Zotes, ähm, Zotes, ähm, da sind drin Dinkelflocken, Dinkelkleie, also, äh, das sind jetzt so die geheimen Cutting, ähm, Ingredients, die man halt braucht, um Volumen zu schaffen. Viel essen mit wenig Calories. Und, äh, Dinkelkleie, ähm, wenn man das aufkocht, geht das halt ordentlich auf. Und Dinkelkleie hat auch extrem viel Ballaststoffe. Also, für alle Leute, die nicht auf ihre Ballaststoffe kommen, ähm, Dinkelkleie besorgen. Es gibt auch Haferkleie, alle möglichen Kleie-Varianten. Und, ähm, ja, dann oben drauf habe ich, ähm, richtig schöne Cream aus, aus Whey, äh, Instant Coffee, Eis, ähm, Ice Cubes, also Eiswürfeln und, äh, den Santan Gum. Das quillt halt extrem auf, deswegen ist das so eine Menge. Eigentlich, was an Kalorien in dieser Cream drin ist, ist eigentlich nur 15 Gramm Whey Protein. Cinnamon. Ja. Und halt die Fruits, paar Erdbeeren, paar Blaubeeren. Für die Micros. Ähm, ja, ihr seht, ich bin noch ein bisschen verschlafen. Ja, irgendwie Vollmond gewesen, nicht so gut gepennt, aber ist nicht das Thema der Sache heute. Und für die Zots, auch nochmal ein gutes Tool, ähm, Flohsamenschein. Auch, äh, regt die Verdauung an, und quillt halt extrem. Ja. Ähm, ja. Also Ballaststoffe und Volume, das sind die Sachen, die eben Cutting, beim Cutten braucht. Und das ist halt schon ein extremes Meal für mich. Das würde ich halt, wenn ich extrem cutte, nochmal runterfahre, sowas machen. Ähm, ja, aber für euch einmal, sieht halt auch geil aus. Ich hab jetzt auch richtig Bock drauf. Ähm, ja, das knall ich mir jetzt rein. Und dann schieß ich mal zurück zum Tapia, der jetzt wahrscheinlich schon beim Mittagessen sitzt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf manage House. Auf bereekован ounce. abonaun côté ist. Auf Wiedersehen. At lifeja. auf inua говоря boat. In credited. Palmaj personajes sind in quê? Untertitelung des ZDF, 2020